Noxizid, oder was? Wer bleibt denn da? Nemesis ist stehen geblieben. Ach Gott, ich bin wieder vom Server geflogen. Ja, der kann gleich bei mir spawnen. Vielleicht, hoffe ich. Sein Internet abgekackt, oder was? Hat er nicht gerade nix nach 10 Uhr gestaltet? Nein, ich glaube, wenn er aufnehmen will, passiert das. Ja, ich glaube auch. Ja, es ist auf jeden Fall zum Kotzen. Und tschüss, Nemesis. Jetzt habe ich unten gleich die zwei Gegner, jawoll. Ja, unten B, haben wir schon. Ach, scheiße, ich bin da außen down. Fängt ja gut an. Na, ist einfach nur total lächerlich gerade. Einen habe ich unten, einer ist noch. Da haben die anderen jetzt für B gebraucht. Den zweiten habe ich. Bin auf B unten. Einer bei mir spawnen noch. Dann komme ich weh, sind doch die Klage hoch. Ich glaube, ich krieg den außen nicht weg. Einer ist außen. Einer ist im Turm. Ah, ich habe einen. Scheiße, Mann. Einer aus dem B habe ich. Ah, hört dich nicht. User disconnected from your channel. Kein Kommentar. wer ist da außen noch nein du pieps komm push den doch außen bin dabei oh mein gott hast du keine nades ich weiß nicht genau wo der ist gott sei dank er hat mich das kann bei mir ist brauchen ja hab ich machen durch okay durch Ich hab hier zwei. Kann einer zurücklaufen? So, jetzt hab ich's. Ja, komm endlich. Ja, ich hatte Blue Screen. Willst du euch zurücklaufen, oder? Ne, jetzt nicht mehr. Ah, fuck it, sorry. Lux, läuft durch. Wer ist denn bei mir? Michael. Dann bleib du auf der Flage, du stehst hinter mir. Na, nicht alleine ziehen lassen. Das dauert doch Ewigkeiten. Ja, komm, Laser. Einer. Zwei jetzt. Hab ich, einen hab ich. Einer ist noch, Laser direkt. Ich hab zwei außen getötet. Ah, Trade. Ja, aber alleine ziehen ist kacke bei Kongress. Wenn ich schon da bist, dann bleib stehen. Ja, aber trotzdem, egal. Muss trotzdem so machen. Im Turm gespawnt. Einen hab ich im Turm. Soll ich im Turm? Den anderen hab ich im Turm. Einer ist noch im Turm. Boah, noch zwei im Turm. Ja, Suki und Zikles haben mich schon verloren. Alle im Turm. Klar, du warst ne halbe Stunde weg. Ah. Gibt's nicht, ey. Gibt es doch nicht. Da wird's am Leben bleiben müssen. Egal. Ist egal, wir können einfach... Hallo Leute, keiner verteilt dich nach hinten. Keiner verteilt dich nach außen. Weil keiner daneben ist. Ich bin grad gestorben. Die ziehen C. Unten. Green. Green. Wir hätten Domination nehmen sollen. Ne, wir hätten eigentlich ja teilweise nicht Blue-Skill haben sollen. Dann reißen wir kurz jetzt oben ab. Ja. Wieder zwei auf C. Hilfe bei C. Noch. Was soll ich zu... Ich kann hier nur... Ich kann... Ich kann hier nur... Ich kann... Unten B im C. Turm. Was? Ist C frei jetzt. Wie sieht. C ist gut, ja. Habt ihr A noch ein Glück? Oh, zwei auf A. Was ist denn, tut ich... Hä? Die haben A jetzt. Oh. Ist ich grad zurückgekommen? Ich bin in der Camper-Turm. Müsst'n kotzen. Ja. Wie soll denn das? Dann reißt ihn ein. Ja. Mit meinen Gedanken. Ähm. Wer ist denn da schon? Wer ist denn noch auf C? Wer ist denn da schon? Der passt mal bitte auf, dass die nicht... Wir sind jetzt zu dritt außen. Nö. Die passt mit auf, der auf C ist das denn, dass die nicht durchkommen. Der ist auch an der Tür. Web safe. Wer auch immer noch... Okay, dann passe ich auf, dass die unten und außen und überall nicht durchkommen, ja? Ja, das sind wir. Hast du ihn da unten eigentlich getötet? Der schon hier? Oben ist angefrackt. Gehittet. Down. Ja, der ist noch da schon. Da rechts noch an der Tür. Schnell, push rein. Down. Ja, nice. Geh durch. Ach, jetzt von beiden Seiten bitte. Wir können von da nicht rein. Das hat keinen Sinn. Einer muss aber hinten bleiben und nach außen gehen. Ja, einer sollte auch noch auf Cs fahren. Ich glaube schon. So, die zwei, die bei C sind, bleiben bei C. Und die anderen beiden auf A. Dann ist Ende jetzt. Einer ist Kitschen. Daran. Zwei auf Kitschen. Fuck. Er kann noch bei mir spawnen. Was ist mit B? Wollen wir mal gar nicht B? Nein. Oben und zwei bleiben auf C. Zwei bleiben auf C. Zwei bleiben auf A. Nein, die können nicht vom vorn nach vorweg auf. Aber wenn die auch zum eigenen gucken, die müssen verrecken. Warum pushen wir nicht gleichzeitig rein? Ich meine, ich bin schon drinnen oben. Der schon wieder. Komm, push mal rein jetzt. Ich hab hier unten auf der Lane. So, einer ist dauernd auf C. Du push doch mal in Aux, komm. Okay, nice. Gib Gas. Hier ist noch jemand auf jeden Fall. Trade unten. Trade? Ich meine ganz ehrlich. Ich hab wie weiß gehört. Ne. Kitschenchen. Aber warum ist nicht da lang gegangen? Nein, bei mir. Ah, zwei. Mann, ich bin dauernd oben. Aber das gibt's doch überhaupt nicht. Warum? Ich hab wieder einen Hild auf Badafi. Das läuft ja nicht gut. Nein. Ich sollte schon damit nicht glauben, weil wir ihn stark verkackt haben. Rechts von dir Nemesis oder links auch. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Jetzt nicht mal. Camper Schroff. Ich hab den. Ist einer noch am Tor. Hier ist noch jemand, glaub ich. Kann die niemand töten? Noch einer hier um die Ecke. Na, hat mich auch. Neun, Herr Rundf. Wer ist der B? Versuch. Das gibt's doch nicht, mein Gott. Ja. So. Okay. Zwei auf Nemesis. Zwei auf... Ja. Immer Nemesis. Gut. Ich mach mit Nox. Mach ich zählen. Gut. Meine Leiche. Also. So. Bist du unten? Mach ich oben. Jo. Unten ist einer durch. Hab ich. Trade. Trade. Bei mir. Ich bin das Nächste. Ne. Nicht so auf dem Weg. Bleib einfach. Und dann. Die anderen machen. Ah. Nox. Ich nur Kukkin. Ne. Kukkin ist uncool. Kukkin lässt sich töten. Sterben. Ihr könnt aber auch außen rum latschen. Ist einer reingelaufen? Hab ich. Oh mein. Mein Mikro ist gemütet. Der ist schon wieder. Guck mal bitte. Außen oder die Base. Auf deiner Seite ist doch schon Queenus. Außen oder die Base. Außen wieder einer. Zwei Stücke. Was redest du Queenus? Ich bin dauernd. Ja. Der deckt mich auch schon Richtung B. Der deckt mich nicht außen rum. Genau. B brennt. Okay. Wollen wir auf B pushen? Ich geh unten. Du gehst oben. Lass die bei mir spawnen. Bleib da. Lass die versuchen C zu daffen. Naja. Ja ich komm. Ich war bei dir. Ich bin da und scheiße. Ja gut. Dann bleib ich noch safe. Weiß nicht wo der war. Vielleicht haben wir nochmal gespawnt auf C? Jaja. Beide. Bleib da. Er hat mich direkt. Wo ist der denn? Was ist der andere? Einer ist in dem Gebäude drin. Ne. Ne. Neben neben. Darksers war der. Oder Lightsers. Darkroom. Einer hab ich. Darkroom. Ah. Einer ist noch unten. Lightsers. 2 unten. Control. Wo? Control ist einer. Darkroom. Einer hab ich. Meiner ist Darkroom. Habe ich beide. A geht. Ich spawn bei A. Mit mehreren. Ja. Einer hab ich. Da ist noch was. Die da wieder. Weiß ich nicht. Wo sind die denn? Ich deck wieder nach unten. Ich deck wieder nach unten. Kwinus deckst du wieder nach oben. Bleibst du diesmal so wieder links stehen. Ja. Und der schon wieder deckst du wieder nach hinten. Beziehungsweise auch nach links. Weil die ja wahrscheinlich von draußen wahrscheinlich offen laufen. Ich hab was gehört. Die kommen. Ich hab irgendwas gehört. Ja. Diese die sind außen gekommen. Ich meine. Wenn du mal leise bist dann könnte ich auch was hören. Ah. Kann ich auch. Küche. Ja. Küche. Ja. Einen hinterher. Hab ich. Küche. Nein. Kwinus mach ich platt. Der ist direkt vor dir. Ich bin gerade gespawnt. Der war ja auch aus. Warte kurz. Bleibst du safe. Bleibst du safe. Ja. Ja. Okay. Push. Hab einen. Das war ein Trade. Nee. Hab den anderen auch. Sehr gut. Sehr gut. Nein. Ja. Bleib den doch nicht wieder. Das macht keinen Sinn. Nee. Die können doch mal spawnen. Verteilig in verschiedenen. Ja. Wir sind außen. Einen hab ich. Bei mir auch. Der ist oben. Der ist oben. Achso. Über dir. Einen hab ich. Aber ich weiß nicht ob es zwei waren. Ich hab einen hinten. Ich glaub es sauber bei mir. Ah. Der ist weg wahrscheinlich. Nee. C haben wir. Hab die A. Die haben wir nicht. Achso. Wir haben A war doch. Ja stimmt. Verwirr uns doch nicht. Zwei auf zehn. Sind alle hier? Ja. Ja ist egal. Nein. Gehst du mal gleich unten durch Queenis? Ja genau. Komm wir pushen von gleichzeitig. Verwirr die Mega. Ich hab keine Chance den im Turm zu kriegen. Nächste Runde zerstören bitte. Hab ihn. Nice. Mach ihn unter dem Turm. Wo ist der von da? Der ist aber da unten wer da guckt. Der spawng euch da. Alter ich gebe den hoch. Ah ich bin hinten gespawnt. Mach ihn tot dass du willst. Nein. Boah der hat mich. Alter im Turm ist mega nervig. Unten ist eigentlich hinten raus. Ja die kommen jetzt alle zu mir hoch. Ich spawne auf der schon wieder. Links links links. Was ist denn da? Ja wir konzentrieren uns auf C am besten. Ja er hat mich. Hat mich. Hier. Mann. Hat mich. Gibt's doch gar nicht. Ey. Ich. Fan ist der. Wo ist der? Fan. Spawne mit der schon wieder. Ah hab ich einen. Einen hab ich auf jeden Fall. Ah geht der schon wieder. Ja hammer ran. Hammer ran. Der ist auf da. Der ist auf C. Drei auf C gespawnt. Drei im Gate. Drei accessen. Kann die nicht weg holen. Oh zwei Nails. Im Turm oben. Sag mal wenn ihr im Treppenhaus seid jetzt. Kauks ist im Treppenhaus. Wir brauchen wirklich jetzt noch ne Flagge. Ja. Im Turm. Sieht mich. Ne ich liegt. Ah fuck. Kackt. Ich hab keine Chance mit dem Passer zu töten. Ach no. Die stehen immer oben auf dieser Treppe eh. Immer oben. Nein verdammt. Ich bin nicht so gut. Der im Turm ist gut. Oh. Ne alle im Turm ist tot. Da hab ich schon trauen. Ja ist wieder einer im Turm. Wir haben zu spät. Oh wie schlecht. Boah das war ja richtig. Richtig deutlich alter. Den Dings äh. Domination nehmen wir. Ja B ist halt richtig schwer einzunehmen. Ja wir müssen einfach diesen scheiß Turm mit endlich mal kaputt machen. Ohne Witz. Das haben wir die ganze Runde gesagt mit keiner eins gemacht. Jetzt ist es zu spät. Ja jetzt ist es egal ja. Wir können nur versuchen auf C zu holen. Wir müssen wenigstens noch ein paar Tickets wegklauen. Also der eine sitzt. Ist jetzt. Oh man. Die ziehen nicht. Hallo kann da jemand noch mit auf die Frage. Ich zieh mich da. Nein. C außen. Wir ziehen nicht mehr. Ja ich weiß. Die sind da oben. Ich hab ihn. Er ist bei mir. Ich hab einen. Ja fuck. Ich hab den. Jawoll. Ich hab den Turm. 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 Ich spawne nicht mehr. Ich spawne nicht mehr. Bis es nicht nötig ist spawne nicht mehr. Treppenhaus oben. Ja. Wir werden einfach über mich rüber springen. Stark wenn ich mehr spawne. Ich spawne dann sofort. Nox nicht so weit vor. Bleib lieber auf A. Spawne. Uah. Late. Late. Ja. Ich bin down. Ich bin down auf A. Zwei Stück. Einen hab ich. Haben sich gerätzt. Nicht mehr spawnen. Wir haben auch einen entwickelt. Ok. Das wars. Nicht spawnen. Tägliche Wunde. Ja das war. Es war auch scheiße dass ich am Anfang nicht raus bin. Das hat auch nicht zu viel ausgemacht. Aber trotzdem. Oh. Ja einer spielt noch mit. Jawoll hast du dich. Solange wir uns noch kurz so halten können. Geht nicht so weit auseinander. Der blieb was zähl. Scheiß drauf. Nein. Der blieb was zähl. Der blieb was zähl. Ja Darkroom. Ah scheiße. Jetzt zieh mir keine Tickets mehr. Jetzt ist es vorbei. Ja warte noch kurz. Warum spawnen die denn? Ja. Wir ziehen keine Tickets. Wir wollen trotzdem nicht mehr. Vielleicht hätte ich den auch töten können unten. Schon mal auf die Idee gekommen. Das war doof jetzt. Müsst du mich jetzt anstressen wegen einem Ticket. Bei 107 oder was? Ja. Alter wenn es am Ende 106 steht dann lass dich aus. Nein. Aus. Nein. Nein. Aber der mit dem Parser ne. Der hatte ich gemacht. Das war gut. Mir wirklich auf die Nerven. Haben die schon gegen AF oder EX gespielt? Ja. Ja verloren gegen AF. Und EXTREME auch. Was? Das geht gar nicht. Teil unrealistisch. Nein das ist weil wir uns total dämlich angestellt haben. Ist halt wirklich so. Wir waren echt schlecht. So auf mir. Domination wäre besser gewesen. Nein das ist richtig gespawnt. Sehr gut. Bleibt hier außen. Bin ist wie bei der außen rum. Passt auch dass die unten nicht gleich wieder durchkommen. Beziehungsweise rennt diesmal gleich in den Turm rein. Werft ne Nade vorher. Wir hätten eigentlich irgendwie ein Pionier nehmen sollen direkt am Anfang oder so. Ja also wenn wir jetzt am Anfang gleich spielen verdienen Spawn sofort. Zwei als äh. Mit C4. Wir müssen zuerst in den Turm rein irgendwie. Umdrehen. Wer ist? Nox. Ich gespawne. Soll ich jetzt spawnen auf wem? Auf mir. Done. Ein größtes Spiel auf A please. Ich zieh A. Der Rest läuft durch bitte. Angriffsbefehl auf A please. Der schon wieder. Nice. Wer ist der letzte auf A? Ich brauche da einfach weiter. Sehr gut. Sind schon unten. Sind eher da. Außen ist niemand. Zwei Stück. Zwei Stück B unten. Hättest du mit durch Queenus? Ja. Da hinten ist noch einer. Treppenhaus. Und einer noch unten. Zwei nach oben. Ne ich deck hinten noch. Ja. Wir können besser bei dir spawnen. Gut ich bleib mir einfach stehen. Zieht ihr B? Wir ziehen C gleich. Weil wir sollten B ziehen lieber. Ja. Ja. Ja toll jetzt bin ich dauernd. Das war ja so klar. Äh jetzt haben wir B verkackt. Echt? Ne. Ich hab mich ja so ein T. Boah ein Treppenhaus hat mich. Ja. Wir sind beide gleich drauf. Ich renne doch. Ich spreng den blöden Turm weg. Ja jetzt spawn bei mir. Mit C4. Bleib kurz hier. Dass du bei mir spawn kannst mit C4. Ne dem Treppenhaus immer noch. Immer noch oben im Turm. Dieser Turm ist zum Kotzen. Sind doch kaputt jetzt. Ja machen wir doch gleich. Nein. Nicht beide. Nein. Der hat doch noch 4% oder so. Fuck. Was war das? Ja der ist unten einfach runter gesprungen. Ich hab. Ich muss mitschelfen. Ich kann ja nicht rum sitzen. Das bringt nichts. Warum ist Kinyus Base gespawnt? Weiß ich auch nicht. Der macht Selbstmord. Ne jetzt nicht mehr. Doch. Es lohnt sich nicht. Die Zeit in der. Egal. Wollen wir nicht erklären. Da ist einer hinter dir gewesen. Danke. Ich komm ihn immer mehr unten zu B rein. Ach der lebt noch. Ja ich hab den jetzt. Mann das gibt's nicht. Ich krieg nix hin. Na wo ist er? Hab ihn. Ja. Der darf nur einen außen lang schicken. Geiße. B ist voll wichtig. Hast du den, Nox? Jo hab ich. Rein es ist nur einer. Oh die sind immer auch im Turm. Muss den Turm springen. Was die sind denn lang. Da haben wir so viele. Oben in den Treppenhaus. Zwei jetzt. Ich hab mich fast umgebracht. Nice. Ich bin tot. Go go. Wir sprengen den Turm. Naja. Es war ja nix. Doch da fällt jetzt. Da ist einer. Oben ist einer. Ne. Jawohl. So jetzt geh ich rauf in die Flagge. Ist keiner da. Ja. Aber sie kommt jetzt. Ich geh ihn jetzt. Ist auf jeden Fall immer grad außen lang gegangen. Ja da ist er. Unten drei. Von zehn aus. Was? Woher willst du jetzt wissen, dass ich links stehe? Hallo. Wir haben B nicht gezogen. Ja wie denn, wenn wir schon alle sterben? Wir retten mal vielleicht einen auf C durch. Die sind alle auf B. Ich will den Treppenhaus laufen. Treppenhaus kommt hoch. Oh. Nein ey. Genio ist auf mir. Ja. Wenn dann möglich irgendwann. Ja. Vorsicht, da ist einer. Die mit C bis Neutral ist. Den oben Treppenhaus. Ich guck Darks deswegen voran. Ach. Das gibt's nicht. Ich komme immer viel zu wenig Ansagen schon wieder von einem. Ich kann W ziehen. Ich bin wieder nicht zusammen. Wird geblockt. Naja, ich kann auch nur ansagen was ich sehe. Oh AG. Ich bin immer noch alleine auf B. Total nicht taktisch. Das war AG. Ja, ich geh mit auf B. Die Map ist auch ne total schlappse Idee. Das ist so hässlich mit so vielen Leuten. Mit so wenigen Leuten. Unutum ist einer. AG. Ich bin wieder auf A. Ich bin wieder auf A. Hab einen auf A. Ich mach rechts. Da ist noch einer, da ist noch einer. Links steht Kitchen. Den hole ich hier. Genio ist kein MPD. Ja. No. Fuck. Ne. Bin dauernd hat mich Granaten. Boah, war hier. Laser. Geh runter. Hab ihn. E, scheiß auf B. Ja. Wir haben noch A und C. Ok. Ja. Deckt einer auch wegen außen hinten? Der ist schon wieder diesmal außen hinten. Sag, wenn da was kommt außen. Der geht. Die Fernwehr auf C. C, C geht. Genio. Ja, ich war auch auf Scan Treppe. Hast du, willst du einen Push machen? Ich bin unten. Bei uns kommen sie von unten. Ne, ich bin unten. HB ist gern Treppe. Nice. Du warst unten. Ich zieh B. War es nur einer? Ja, dann komm. Ja, ich hatte vorher einen gespawnt. Der kommt von oben rein. Einen hab ich. Einer ist noch Treppenhaus. Ich zieh nicht mehr. Ey, ich krieg nie einen Tod. Ich glaub das überhaupt nicht. Ich versteh's nicht. Ich bin auch bei C gespawnt wieder. Hast du den down? Ne, ich hab keine Ahnung wo der ist. Wir haben jetzt zwei Flangen, ist okay. Ich pass auf A. Ah, kurze Treppenhaus noch. Das rückt zu B genau. Weiß man nicht. Ne, die sind bei mir. Die sind hier gespawnt. Okay, okay. Scan. Scan Treppe? Scan Treppe wahrscheinlich, ja. Hab ich, hab ich. Da war auch einen. Nice. Ich bin übrigens alleine drin auf A, ne. Wenn die jetzt drin von B durchkommen, bin ich völlig alleine. Ach komm. Wer steht denn da noch bei außen? Ja, einer außen, ja. Aber die können oben und unten innen kommen. Wer steht da? Danke für die Antwort. Steffanschein. Kommt, Laser. Bleibt nur noch hier. Ja. Außen kommt. Come off ice. Ja. Woher weiß er, als ich da stehe? Das kann er vergessen. Entschuldige, da wusste er, dass ich in der Ecke stehe. Ich hab das auch eben gehabt bei mir, Team. Bei wem soll ich spawnen? Wer will? Du kannst auf... Ja, warte noch kurz. Warte am besten noch kurz. Was als nächstes angegriffen wird, was spawnst du einfach. Dann stell ich mich außen hin. Ne, warte doch einfach ganz kurz. Spawner nicht und spawner einfach da, wo Hilfe gebraucht wird. Da stehen wir in Unterzahlen. Ja, es werden wir ganz kurz. Drei, drei, außen A. Hab ich gesehen. Außen A. C geht auch. Ja, er hat mich schon. Nein. Hat mich schon. Ist Küche. Außen. Nein, ich bin auch dran. Noi. Wir können doch mal spawnen. Wir können doch mal spawnen. Hast du C getötet? Nein. Der ist ja irgendwo. Aber C auch. Spawn einer auf B und äh auf Dings und geht zurück zu... Wir spawnen alle auf A. Nochmal. Hintergrund C, hintergrund Dessel. Too late. Gut, dass ich alleine auf A spawne. Der ist low. Nein, ey, das gibt's doch nicht. Ich hab einen auf C. Nice. Der ist ja noch bei A oder nicht. Der hat mal Medicate glaschen. Der kommt bei mir. Ich hab gar nichts. Ich bin auch sofort down, Loy. Achtung. Ihr wisst, dass ich hier bin. Ab ihn. Ist down. Letz mich mal. Schau. Achso. Kommt der Nox? Nee, ich weiß nicht. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Der kommt. Doch, der kommt. Der kommt. Laser. Gate. Gate. Bomb auf C. Da. Ja, der ist hier irgendwo. Ich hab ihn hinten. Sehr gut. Ich bin nicht da. Oben hab ich. Ich hab hier unten noch einen. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Okay. Da ist noch einer an der Treppe. Treppe ist der. Ich hab grad so böse Grafikpacks, ich kann... Cisco Treppe. Wir ziehen nicht. Also... Hab ich's gesportet? Echt? Einen hab ich. Ja, das war der. Ich hab hier aber noch jemanden. Hier ist noch irgendjemand. Wo kann eigentlich hier noch jemand sein? Bei mir? Ne, ist fertig. 3 noch. Wie viel? 3. Einen hab ich. Ich mach hinten und unten. Ah, einer von hinten noch, ja. Also switch. Dann waren's 3. Ich komm mit runter. Zwei Stück auf C. Seid der alle down? Das heißt B gehen, oder? Oder wollen wir nicht B gehen? Ja, so lange es geht, versuch ich C zu treffen. Ja, ich bin schon da unten. Ja, B unten hab ich ein. Ne, sind zwei auf C. Wo ist der? Ja, wer wusste, dass ich da komm, dieser Maverick? Alter, hab ich's? Kommt der schon wieder. Ach, oh man, man, man. Fuck. Ja, das ist kacka. Ja, das ist kacka. Uncool. Mann. Ah. Ja, haben wir ja schon verloren. Habe ich ihn rein. Ist das kacka, Alter. Ohne Witz. Ich hab ihn zwar aus C sehr so dermaßen dämlich angestellt, aber trotzdem. Geht einfach auf die Schlage. Treppenhaus. Unten, Eingang B. Ach, scheiße. AG. Das gibt's aber auch nicht, das ist falsch. Treppenhaus hab ich. Ne, jetzt noch einer hat zwei Treppenhaus. Naja. Alle tot. Haben sich gerätzt. Sind alle tot? Mhm. Alle tot, tatsächlich. Ist das scheiße, ey. Das glaub ich nicht. Warum haben wir dich Domination genommen? Weiß ich nicht. Nie wieder kommen kannst, ey. Das ist so unglaublich schlecht, was wir hier machen. Das war auch viel zu spontan nach dem War, jetzt direkt noch ein War zu machen. Das Problem ist, dass wir mit echt viel zu vielen Tickets verlieren. Ja. Oh man, ich glaub. Ich hab sehr aufhastet. Ich kann ja mal ein Video von meinem Display machen, was da für Artefakte irgendwie auf dem Bildschirm sind. Was denn locker, ey. Das nervt mich ohne Ende. Ab alle, auf B. Nice. Da sind auch zwei oben. Äh. Zwei Daumen. Ich glaub wir ziehen zum ersten Mal B. C-Push. C-Push. Die kommen von hinten. Zwei. Einer ist schon mal runter. Gibt's doch überhaupt nicht. Hier B jetzt eigentlich oder nicht? Ne, sie nehmen B ein. Was? Ich dachte wir hätten's. Fuck for shit, ey. Ne, bin down bei B. Zu viele. Ganz gehen wir hier. Bünde. Ach komm. Das hätt ich gern auf Video gehabt, ey. Weiß den, muss der hinten noch. Das hätt ich gern auf Video gehabt, ey. Weiß den, muss der hinten noch. Hast du die gehört? Ja. Warte auf ihn. Hier ist er. Drei auf A, einen hab ich. Ich hab noch nie so schlecht in meiner Lügen gespielt wie diese Runde. Homo. Kannst du ziehen, oder? Die kommen runter gesprungen. Ach fuck. Hat mich. Oben. Treppenhaus. Moment, jetzt häng ich hier fest. Was mach ich eigentlich, ich bin... Was ist noch einer? Fische. Ah, das war schlecht. Treppenhaus. Unten. Auffallflagge. B. Damit setzt sich die Serie VG gegen G-Core vorbei. Ihr müsst mir sagen, wenn ihr auf mir spawnt. A spawn. Fische ist einer. Immer noch? Ja. Drei jetzt. Hat mich. Ja, drei Stück Gründer. Von drei Seiten. Oh Leute. Oh Leute. Oh Leute. Hat mich. Ja, okay. Das können wir nicht verteidigen. Das geht nicht. Boah, so viel auf B, zwei Stück. Die Klammern uns. Hast du Videos von der Runde mit Queenis? Ja. Ja, boah, boah. Weiter. Ich würde das gerne mal... Ich muss echt mal ein Video von meinem Monitor machen. Man sieht nix bei mir fast. Hab ihn. Einer ist nach unten. Ich krieg ihn nicht da. Wir hätten grad Druck machen müssen auf B. Einfach laufen. Klappenhaus einer. Hat mich. Hab ihn. Ach, oben zwei. Ey. Wir waren zu viel. Klappenhaus voll. Ey. Ich mach jetzt echt mal ein Video von meinem Mund. Ich glaub, das ist kein Handy. Das ist kein Handy. Ich muss das so machen. Das ist ein Handy. Ja. Ich habe einen Fingerabund. Frank Fazit. Ich habe ihn mit. Ich habe ihn mit. Ich habe ihn mit. B ist schon lange weg. Das gibt's doch nicht, der NC geht immer noch. Ah. Ich bin auch so lächerlich, dass wir nicht schaffen, B einzunehmen. Ich sehe nichts mehr. Warum sind wir eigentlich so dermaßen unterlegen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich auch nicht. Das macht doch irgendwie keinen Sinn, wir sind gerade echt kacke. Ja okay, ich bin wirklich, das ist die schlechteste Runde meines ganzen Lebens. Ich bin auch echt schleißer. Aber wir sind vor allem auch als Team schleißer gerade. Wir hätten auch nicht zwei Wars untereinander so spielen sollen einfach. Das ist nicht das Problem. Aber wir hätten Dermination top nehmen, wir hatten schon recht. Das war völlig überhastet, ich werde das Schwurbe ist richtig sauer jetzt, ne? Das war einfach sauer. Ah, zwei Treppenhaus oben. Ja, oben. Ja, ich kann nix mehr, guck dir doch mal an, so ein Kill, das ist doch wunderschön. Alle nochmal spawnen, dann ist gut. Ach ja. Juhu. Ja, da will ich auf jeden Fall meine Revanction Domination auf dem Fall werden. Das geht gar nicht klar. Na ja, lass mal wieder einen normalen War gegen jemanden. Ich will irgendwann mal gegen die gewinnen. Ich will irgendwann mal gegen die gewinnen. Oh, jetzt bin ich gespawnt in dem Moment. Und gestorben, nice. Gut, ich bin hier, was was war denn das? Hyuuuus. Aber wir haben B, zum ersten Mal. Ja, hatte er ja gerade gesagt. So, ist nicht aufwissen nochmal gestorben. Ach, das war's. Na ja. hohe weihnachten das war wohl nichts aber auch schlechter sehr unglaublich das war wohl nichts